Hallo, mein Name ist Lukas Beulmann. Eigentlich bin ich zurzeit in der Hauswirtschaft, aber wegen Corona bin ich jetzt momentan in der WFBM und helfe bei dem Müll aus. Und es ist toll gebraucht zu werden und ein neues Team kennenzulernen. Mein Name ist Dr. Frank-Bernard Zimmermann. Ich bin einer der Betriebsärzte der Evangelischen Stiftung Vollmerstadt. Viele Menschen fühlen sich in Zeiten von Corona ängstlich, unsicher, gestresst und angespannt. Aber es gibt auch positive Entwicklungen. So lernen wir uns alle praktisch neu kennen und gehen anders miteinander um. Wir stehen vor besonderen großen Herausforderungen. Das Team der Betriebsmedizin steht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bezug auf ihre individuellen gesundheitlichen Belange, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsschutzes, jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Ich bin sicher, wir bewältigen die Krise. Hallo, mein Name ist Christian Sander. Ich bin Haustechniker in der Orthopädischen Klinik in Vollmerstein. Ich bin froh, dass jetzt langsam die Ruhe einkehrt und das macht Mut, dass am Ende oder demnächst alles wieder gut wird und dass wir zur Normalität wieder zurückkehren können.